Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Underworld. Und es leckt nicht. Yippie jajay. Schweinebacke. Und wo sind wir? Wenn ich das nur so genau wüsste. Ich schätze mal wir müssen... Genau. Da so hoch. Also wir sind jetzt im Gewelk von Croft Manor. Unten in den Katakomben. Und da leben Fledermäuse. Selbstverständlich. Sonst hätten wir ja nichts was wir abknallen können. Aber es leckt noch ein kleines bisschen rum. Ich bin sowieso überrascht, dass es im Moment so gut läuft. Weil ich gerade eigentlich noch am Uploaden bin. Aber mhm. Wenn das Spiel meint, dann ist mir das recht. So. Unten angekommen. So. Wenn ich mich recht erinnere, kommen wir jetzt gleich spinnen. Genau. Da sind sie schon. Hepp. Okay. Wir müssen wieder cool die Treppen hochlaufen. Da habe ich jetzt Lust drauf. So. Gut. Was ist zu tun? So. Mit dem Schalter geht Feuer an. Ah. Und die Türen auf. Okay. Interessant. Dann müssen wir irgendwas finden, womit wir die beschweren können. Diese Platte. Leider finde ich hier überhaupt nichts. Aber... Ah. Hm. Mhm. Idee. Idee. Ähm. Ja. So. 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 Unser Pubby war ja freundlich und hat in weiser Voraussicht, dass wir hier unten mal rumkraxeln müssen. Hier ein Medipack für uns versteckt, dass es uns auch hier gut geht, ne? Okay. Und hier sind natürlich auch so schöne Stangen drin, dass man da wunderbar rumklettern kann. Und schon sind wir auf der anderen Seite angekommen. Und da sind Viecher. Das hier sieht man hier unten. Das hier sieht so aus, als könnte man das rausziehen. Das hier sieht so aus, als könnte man das rausziehen. Kann man auch. Welchen tieferen Sinn hat das? Keinen. Wir werfen das mal hier runter. Wenn es geht. Bäm. Wow, das Spiel läuft richtig gut. Bin gerade selbst ein bisschen überrascht, weil... Es ist noch derselbe Tag, wo ich, ähm... Ach, komm mal. Wo ich auch die letzte Folge gemacht habe, wo es so übelst rumgeleckt hat. Und ja, keine Ahnung, was meinem Computer jetzt besser passt. Nebenbei ist jetzt die Belastung auf meinem PC auch noch höher, weil... Ich uploade. Wobei das ja eigentlich die Internetverbindung ist, aber trotzdem. Ähm. Ja. Keine Ahnung, was ist das da drin? Auch keine Ahnung. Scheint sinnlos zu sein. Also, lassen wir es einfach mal. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass das Spiel läuft, ne? So ist es nicht. Ich will mich nicht beklagen. Äh. Wenn ich jetzt nur wüsste, was ich hiermit anstellen soll. Ah. Idee. Machen wir mal ein bisschen heller hier. Ja, wir kommen nicht wirklich schnell vorwärts, ne? Hier, wenn wir das, äh, tragen. Hier ist ein Schalter. Der ist da bestimmt nicht ohne Grund. Deswegen... ...leckt es jetzt erstmal ein bisschen. Ah, ja. Oh, nein. Nicht wirklich. Oh, nein, war das dumm. Oh, nein, war das dumm. Jetzt muss ich den... Oh. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder... ...hochklettern. Mann, 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 Mann. Oh, Gott. Gott. Le-Ra. Ah. Ja, kein Kommentar zu diesen unglaublichen, ähm... ...Skills. Ich hab hin und wieder noch ein paar kleine FPS-Einbrüche, aber... Ich denke, die können wir überleben. So. Da hoch. So. So. Und. So. So. Das ist die Stange, die ich runtergeworfen hab. Das hier können wir... ...können wir das schon benutzen. Hm. Scheint nicht so zu sein. Dann heben wir hier auf. Ja, ist schon schwer, der Steinklotz. So, bin ich überhaupt auf der richtigen Seite? Ich hoffe es, sonst muss ich den ganzen Müll wieder zurücklaufen. Aber ich glaube schon. Dass ich auf der richtigen Seite bin. Wenn da jetzt ein Ding draufliegt, ja. Sehr schön. Und. Hält das jetzt? Das hält. Jetzt ist er offen. Was hab ich davon? Keine Ahnung. Egal. Machen wir einfach mal weiter. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Warum zum Teufel geht das nicht? Ihr merkt, ich kann mich nicht mehr so richtig gut an dieses Rätsel. Erinnern. Ich weiß nur noch, dass es nicht wirklich schwer war. Aber ich krieg's irgendwie grad nicht hin. Ganz ehrlich. Ich schlepp einfach mal hier ein bisschen Zeug durch die Gegend. Oder, 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 oder. Ah. Idee. Bam. Denn hier ist ja ein Schalter, ne? Hier ist ein Schalter. Und vielleicht brauch ich für diesen Schalter diese Steinchen hier. Dann muss ich nochmal da oben rumklettern. Oh ne, wie dumm. Ah ja. Und dann... Ah, ja, ja, ja. Jetzt weiß ich's. Wieder. Schmeiß mal. Und den hier am besten auch noch. Sicher gehen, dass wir nicht nochmal rüberklettern müssen. Und noch einen holen. So geht das Ganze doch schneller. Sehr schön. Ach so, und dann gehen dir hier die Türen auf. Praktisch. Okay, Rätsel fast gelöst. Der Rest ist einfach. Ah ja, genau. Damit kann man das Türchen öffnen. Äh, gut. Dann wollen wir mal ein bisschen Schattenspiele treiben. Das war schon mal scheiße, was ich gemacht hab. Ist auch scheiße. Denn wir müssen die Schatten genau so anordnen, dass sie diese Engel umgeben. Und das können wir mit diesen Schaltern hier erreichen. Erstmal ein bisschen lecken, ne. Das ist ganz wichtig. Dass das Spiel ein bisschen leckt. Dass man gleich mal sieht, wie dumm das Ganze hier ist. So, jetzt haben wir es ja fast. Einmal noch drehen und dann...